Was meint ihr, das könnte Olli Kreuzer heute auch noch so tragen, oder? Die Frisur, finde ich ganz gut, müssen wir ihm mal vorschlagen. Das ist aus der Sammlung von Heiko Räther, einem der größten KSC-Fans, die es wahrscheinlich gibt, und einem KSC-Lexikon, muss man sagen. Also er kennt wirklich alle Daten über alle Spieler und alle Spielergebnisse und hat auch wirklich einiges gesammelt mit wirklich alten Bildern. Ich habe noch nie so alte Bilder von KSC-E Erinnerungen gesehen. Und wir schauen uns heute bei KSC hautnah in seiner Sammlung um. Schaltet auf jeden Fall ein auf KSC 360.